Der spritzwassergeschützte Prüfschraubendreher Pankontrol PST 190 dient mit seiner Länge von 190 mm dazu auch tieferliegende Kontaktpunkte zu erreichen. Der Phasenprüfer dient der Unterscheidung der spannungsführenden Phase vom nicht spannungsführenden Nullleiter. Dazu berührt man mit der Spitze einen möglicherweise spannungsführenden Metallteil und mit einem Finger die Kontaktplatte am hinteren Ende. Ist der Metallteil spannungsführend leuchtet die Klimlampe orange auf. Beim nicht spannungsführenden Nullleiter bleibt die Lampe auf jeden Fall dunkel. Die Spitze ausgehärtetem Werkzeugstahl C60 eignet sich gut zum Anziehen und Lösen von Schrauben. Mit einem Prüfschraubendreher oder Phasenprüfer kann man feststellen, ob eine Steckdose Spannung hat und wo die Phase ist. In diesem Fall links. Bei einer Steckdose mit Berührschutz ist es nicht möglich, die Leiter zu kontaktieren. Daher kann man auch nicht feststellen, ob die Steckdose unter Spannung steht.